Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte hier eine neue Serie starten. Und zwar möchte ich euch einfach die ganze Schönheit des Schach zeigen. Ich werde euch die besten Partien aller Zeiten zeigen. Es ist natürlich immer die fraglich, was ist jetzt, was sind die besten Partien? Davon gibt es eine ganze Menge. Ich habe einfach mal so ein bisschen eine kleine Auswahl getroffen von Partien, die ich einfach richtig, richtig beeindruckend fand. Und die erste Partie, die ich euch hier präsentieren möchte, ist die Partie von dem Chinesen Wei Yi gegen Lazzaro Brazon Batista. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Batista, damit es ein bisschen einfacher ist. Okay, ich werde diese Partien natürlich mit euch besprechen und auch analysieren, aber ich möchte sie nicht tot analysieren. Im Sinne, man kann richtig schöne Partien auch irgendwie manchmal den Reiz nehmen, wenn man manchmal auch zu viel darauf hinweist, was eine Seite hätte besser machen können. Das nimmt manchmal so ein bisschen den Zauber, aber nichtsdestotrotz werden wir uns das hier anschauen. Und wie immer könnt ihr euch das Brett holen und gerne mitmachen, weil das wird jetzt richtig schwer, aber es wird richtig schön. Und wenn ihr irgendwas davon findet, dann seid ihr richtig gut. Deswegen, wenn ihr Lust habt mitzumachen, holt euch ein Brett, baut, verfolgt die Partie mit. Ich sage euch, wo es startet. Es startet ab einem gewissen Moment, wir brauchen hier nicht alle Züge erraten. Also, wir haben hier Sizilianisch auf dem Brett. Über Umwege kriegen wir jetzt noch einen offenen Sizilianer. Auch hier, ich möchte gar nicht so auf die Eröffnung eingehen. Das, was jetzt hier entsteht, das ist, ich bin jetzt auch kein Sizilianischer Experte, aber wenn man hier auch die Leaches Datenbank hat, sieht man, dass das eine relativ vielgespielte Stellung ist und im Prinzip Theoriestellung ist. Weiß hat kurzrochiert, dafür hat er hier E4 und F4 gespielt, mit Ideen, mal entweder E5 zu spielen oder F5 zu spielen. Je nachdem, was dann später besser ist. Es ist aber immer nicht so einfach einzuschätzen, welcher jetzt der richtige ist, weil das auch gewisse Felderschwächen hinterlässt. Königer 1, das ist immer sehr sinnvoll, wenn man hier E4 gespielt hat, einfach mal rauszugehen aus dieser Diagonalen, damit da später nichts passiert. Schwarzrochiert kurz, Dame E1, macht zum einen noch Platz für den Turm und die Dame soll mal in diese Richtung gehen. Schwarz tauscht hier einmal ab, um sich so ein bisschen zu entlasten und auch hier seine Läuferdiagonale aufzumachen. B5, ein Abtausch hilft Schwarz natürlich tendenziell, weil er ein bisschen weniger Raum hat. B5, ganz klare Idee, zum einen den Läufer auf die Diagonale zu bringen, zum anderen aber auch B4 zu spielen und diesen Springer zu vertreiben. Schwarz spielt jetzt Dame G3 und jetzt ist natürlich dieser Springer gefesselt, das heißt, wenn jetzt B4 kommt, könnte sogar der Springer vielleicht weggehen, weil dann der genommen wird, allerdings er hat halt keine guten Felder. Wenn der Springer jetzt nach hier geht, hängt auch dieser Bauer. Deswegen wäre es hier tatsächlich jetzt besser dynamisch, direkt E5 gegen zu spielen. Und wenn Schwarz jetzt hier nimmt, nimmt man einfach mit dem Läufer wieder, jetzt muss die Dame weg, sagen wir, die geht nach hier und jetzt kriegt man interessanterweise dieses Springerfeld, weil der Matt droht. Aber das sind alles eröffnungsspezifische Dinge, wie gesagt, das ist eine Theoriestellung, das wissen die Spieler hier bestimmt. Dame G3, Läufer B7, macht Druck auf den E4. Weiß spielt jetzt A3, damit er eben B4 aus der Stellung nimmt. Und E4 ist zwar doppelt angegriffen, aber denkt dran, dieser Springer kann nicht ziehen, wegen dem Matt. Schwarz spielt Turm D8. Logischer Zug, irgendwann möchte er auch mal im Zentrum sicherlich gegenschlagen. Entweder auch mit E5 oder D5, das muss man dann schauen, je nach spezifischer Stellung. Und das greift natürlich schon mal tendenziell diesen Läufer an oder hat einen Röntgenblick auf diesen Läufer, was mal hilft in gewissen taktischen Abwicklungen. Zum Beispiel, wenn sowas kommt, kann man den jetzt hier nehmen und den Weiß jetzt mit dem Bauern wieder nimmt. Jetzt sieht man schon eine Idee von diesem Turm D8, kann man jetzt einfach hier nehmen. Weiß nimmt hier und jetzt tauscht man die Damen zwischen und nimmt hier und hat einfach einen Bauern gewonnen und steht super als Schwarzer. Turm D8. Das ist Turm E1, um diesen E4 zu decken, schon mal indirekt und weiter Druck zu machen. Turm D7, um den anderen Turm noch irgendwie ins Spiel zu bringen. Läufer D3 ist natürlich jetzt ganz klar auf diesen Vorstoß aus hingerichtet. Und jetzt kommt Dame D8. Ja, Dame D8 geht vielleicht mal mit der Dame weiter in diese Richtung. Wurde hier auch tatsächlich häufig gespielt. Ich gucke so in der Datenbank, was ein bisschen häufiger gespielt wird und auch ein bisschen besser ist, ist laut Computer Turm E8. Es ist schwer zu verstehen, warum Dame D8 jetzt schon, laut Computer ist das die erste Ungenauigkeit von Schwarz. Ich werde euch gleich zeigen, warum. Es ist wirklich ein tieferer Grund. Also Schwarz spielt Dame D8. Und jetzt kommt ein einfacher Zug von Weiß, ein sehr einfach aussehender Zug, aber er ist schon gefährlich. Jetzt kommt Dame H3 und der droht jetzt nämlich direkt mal an, E5 zu spielen. Möglichst diesen Springer zu vertreiben und dann Richtung Matt zu gehen. Und hätte Schwarz jetzt in dieser Stellung zum Beispiel Turm E8 gespielt und es würde Dame H3 kommen, jetzt hätte Schwarz eine einfache Antwort, nämlich selbst E5 spielen. Damit Weiß nicht E5 spielen kann. So, so, jetzt muss der Läufer weg. Schwarz hat guten Druck gegen E4, hat hier die offene D-Linie. Dieser Läufer ist nicht im Spiel. Hier steht Schwarz sicherlich nicht schlechter. Nach Dame D8 geht das jetzt natürlich nicht mehr, weil wenn jetzt E5 kommt, kann man den hier einfach zweimal wegnehmen. Also muss Schwarz etwas anderes machen. Und er spielt G6. Ja, der Computer sagt, man kann einfach trotzdem sowas spielen wie Turm E8 und E5 geht nämlich gar nicht. Warum? Also nicht gut, weil jetzt nach dem, dem kann man wieder hier nehmen. Und wenn jetzt hier genommen wird, jetzt gibt es verschiedene Varianten. Wenn man jetzt hier mit dem Läufer nimmt, kommt Dame H7 und der Computer sagt sogar, das ist noch okay für Schwarz. Aber was der Computer auch sagt, dass man hier die Qualität opfern kann. Die Dame, äh, entschuldigt, die Dame nimmt wieder, man tauscht den ab. Man nimmt jetzt wieder, man hat jetzt die Qualität geopfert als Schwarzer, hat dafür aber einen Bauern, hat dafür das Läuferpaar. Sehr starke Läufer. Weiß hat hier noch einen schwachen Bauern. Und diese Stellung ist vollkommen okay für Schwarz. Okay, also wie gesagt, ich möchte da nicht auf jede Variante nochmal so eingehen, nur ich mal ein paar Sachen zeigen, dass diese Stellung echt komplex ist. Schwarz spielt jetzt stattdessen G6, was ja auch logisch ist. Und jetzt kann Weiß aber F5 spielen. Und jetzt wird irgendwas aufgehen. Ja, hier werden jetzt Linien und Diagonalen aufgehen. Und diese Stellung wird jetzt schon richtig gefährlich für Schwarz. Einzige Chance, einziger Zug, um überhaupt noch weiter zu spielen, ist E5, weil sonst geht alles auf. Ja, sonst fliegen alle Diagonalen auf und das fliegt Schwarz komplett um die Ohren. Jetzt kommt einfach Läufer E3 und jetzt, ja, bleibt halt dieser, der Druck gegen F6, der Druck gegen E6. Es ist richtig unangenehm, diese Stellung für Schwarz. Der Computer sagt, am besten Turm E8, das macht Schwarz auch. Und dann gucken, dass man das verteidigt. Ihr seht hier Weiß aber schon relativ klein im Vorteil, weil Schwarz halt auch ein bisschen Probleme hat, Gegenspiel zu finden. Er müsste irgendwann mal den spielen, aber der ist, glaube ich, nicht so taktisch, nicht so einfach hinzubekommen. Weiß tauscht jetzt hier und spielt jetzt Springer D5. Und dieses Springer D5 sieht auf den ersten Blick aus wie ein Blunder. Warum? Schwarz ist einfach zweimal auf diesem Feld D5 drauf. Und jetzt geht die Partie los. Leute, gleich seid ihr dran. Schwarz hätte Läufer D5 spielen sollen. Beiß steht dann trotzdem besser. Schwarz spielt den. Und jetzt geht es los. Es war vorgeplänkelt. Jetzt geht es los. Jetzt seid ihr dran. Ihr seid dran. Die Partie geht los. Die Glanzpartie von Ray Yi geht los. Und ab hier wird es wirklich sensationell. Ich möchte euch mal bitten, nicht nur den nächsten Zug zu finden, sondern mal zu rechnen. Weil der Zug alleine ist schon geil. Aber was danach kommt, das hat der jetzt alles berechnet. Der Mann. Hundertprozentig. Und ihr seid dran. Versucht mal ein bisschen was zu berechnen. Guckt mal, wie weit ihr kommt. Baut euch die Stellung auf. Und ich zeige euch gleich die Lösung. Also, weiß am Zug. Wie geht es weiter? Und wie gesagt, nicht nur den nächsten Zug, sondern versucht mal ein bisschen weiter zu rechnen. Die spannenden Sachen kommen nämlich erst noch ein bisschen später. Und natürlich, Leute, man nimmt hier nicht einfach zu. Wenn ich jetzt einfach wieder zurücknehmen würde, wäre meine ganze Rede umsonst gewesen. Dann würde Schwarz den auch einfach wieder nehmen und steht einfach an Mehrbau und steht einfach auf Gewinn. Jetzt, es kommt jetzt. Turm schlägt jetzt 7. Bam. Bam. Als ich diese Partie damals gesehen habe, das erste Mal dachte, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich diesen Zug gesehen habe. Ich glaube, das ist so ein Zug, mit dem man als Schwarzer, den man nicht so auf dem Schirm hat. Weil ich finde, der kommt aus dem Nichts. Turm F7. Weil diese Läufer, die sehen ja gar nicht so gut aus. Und eigentlich hat diese Dame auf H3, so toll steht die eigentlich auch nicht mehr. Und eigentlich hat Weiß ja kaum gefühlt Angreifer und jetzt knallt er diesen Turm da rein. Na gut, was soll Schwarz machen? Es droht Dame H7 matt. Also nimmt er hier. Und natürlich der nächste Zug, ganz wichtig, Dame H7. Jetzt dieses Schach ist nicht gut, weil jetzt kann man einfach wieder zurückgehen. Ja, also es ist wichtig, genau zu spielen. Dame H7 Schach. Und ja, jetzt hat Schwarz ein Problem. Er kann nicht nach F8 gehen, weil Läufer H6 einfach matt ist. Und er kann auch nicht gut nach hier gehen, weil dann nimmt Weiß einfach hier. Und jetzt droht Turm F1 matt. Und auch Dame G6 matt. Das kann er sich nicht leisten. Das heißt, es ist tatsächlich von hier relativ forciert, diese ganze Variante. Er muss nach E6. Weiß muss jetzt auch diesen Springer nehmen. Schwarz kann jetzt schlecht hier nehmen. Weil, wie geht es weiter? Man nimmt nicht den, der sieht offensichtlich aus. Aber dann kommt einfach den und tatsächlich kann sich Schwarz ganz gut verteidigen. Viel stärker ist es, den jetzt mit dem Läufer zu nehmen, weil man jetzt nämlich die Drohung Dame F7 matt hat und auch so eine Mattdrohung. Und das kann Schwarz alles schon gar nicht mehr richtig verhindern. Spielt er zum Beispiel Turm F8, um irgendwie diese Schach zu decken, kommt Dame H3 Schach. Wieder sehr schön, dass man sieht, der König hat Probleme. Er kriegt nichts dazwischen gestellt. Er muss nach da, dann kommt Turm F1 Schach. Der König nimmt da und dann ist Dame H6 matt. Und das wird sich jetzt die ganze Zeit so durchziehen. Dass Weiß wenig Angreifer hat, aber diese Angreifer reichen. Und die schwarzen Figuren so schlecht stehen oder ungünstig, dass sie gerade diese ganzen Schachfelder nicht decken können und auch nichts dazwischen ziehen können. Also, deswegen ist Läufer D5 schlecht und deswegen ist König D5 der Beste. Und jetzt, Leute, das ist die entscheidende Stellung, die man vorher gesehen haben muss. Weil ich finde, als ich auch diese Partie gesehen habe, dachte ich, was soll das? Der König, der König, der rennt doch hier einfach weg. Und man hat doch kaum noch Angreifer. Die Dame steht da schon ein bisschen im Abseits. Wie zum Teufel soll man hier matt setzen? Ihr seid dran. Wie geht es weiter? Versucht es mal. Haltet wieder das Video an. Baut das auf auf dem Brett und guckt mal nach. Es ist wirklich sensationell, was jetzt hier passiert. Es ist einfach eine ganz tolle Partie. Also, ich zeige es euch. Wie gesagt, der König rennt weg. Und der einzige Zug, der jetzt das Ganze verhindert, ist Läufer E4 Schach. Ja, was soll Schwarz machen? Wenn er jetzt zurückgeht, dann kommen hier wieder so eine Schachs. Beziehungsweise, ich glaube, hier ist es sogar, weil jetzt keiner nach F7 raus, da muss man doch wieder hier lang. Hier ist es das genaueste doch, jetzt hier zu nehmen. Weil auf den hat man jetzt Dame F5 Schach. Jetzt kann der König zum Beispiel nach hier raus. Und jetzt hat man Dame H7 Schach. Und wenn der König jetzt nach hier geht, hat man jetzt Läufer E5 Schach. Und wenn der König nach hier geht, sagt der Computer, kann man jetzt zum Beispiel diesen Turm mitnehmen. Und jetzt hat man materiell, ja sogar schon ausgeglichen. Man hat materiell ausgeglichen, man hat sogar einen Bauernmeer. Und der König ist immer noch in der Mitte. Also es sind weiterhin sehr komplizierte Varianten. Ich hänge euch die Partie unten an. Ihr könnt euch das anschauen gerne. Ihr könnt das selbst nochmal analysieren. Alles. Es ist hochgradig komplex. Aber was ich nur sagen will, Schwarz kann auch nicht zurück. Und deswegen nimmt er diesen Läufer. Und jetzt gibt es hier zwei Züge, die gewinnen. Es gibt nur zwei Züge, die gewinnen. Und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr die findet. Ist, wie gesagt, die Partie ist weiterhin sehr beeindruckend. Ich finde, von dem, was jetzt hier passiert. Man denkt ja zuerst, ich verrate es euch, man hat so einen Läuferabzug. Aber diese ganzen Läuferabzüge, die bringen alle nichts. Wo soll man den denn hinziehen? Wenn ich ihn zum Beispiel nach hier abziehe und denke, ich gewinne die Dame, dann geht der König jetzt zurück. Aber wenn ich die Dame schlage, dann schlägt Schwarz die Dame zurück. Und er hat mittlerweile zwei Läufer und einen Turm für die Dame. Und das ist viel zu viel Material. Hier steht Schwarz auf Gewinn. Tatsächlich. Läuferpaar plus Turm für die Dame ist viel zu viel Material. Das reicht nicht. Und ich werde ihn hier auch nicht matt setzen. Der König wendet jetzt wieder raus. Und deswegen ist das Entscheidende, dass man den König hier nicht rauslässt. Und wer je spielt den einzig... Also es gibt noch einen anderen Gewinnzug. Ich zeige euch, das ist ein Stockfestzug. Er spielt Dame F7 und der ist geil. Er lässt den König nicht hier raus, er lässt den König nicht hier raus, er lässt den König nicht da raus. Und er droht Dame F3 matt. Ich zeige euch mal, es gibt noch einen Stockfestzug, der... Ja, keine Ahnung. Er ist verrückt. C4. C4 sieht total merkwürdig aus. Mit der Idee, ihm auch das Feld zu nehmen. Und wenn jetzt der genommen wird, jetzt funktioniert so ein bisschen eine geile Symmetrie. Ja, das findet... Dieser Läufer hier, ihr werdet sehen, wie der an diesen Mats beteiligt ist. So komisch er auch erstmal rumsteht. Jetzt Läufer und Dame allein setzen schon wieder matt. Jetzt kommt hier ein Schach. Jetzt kommt hier ein Schach. Und der König kann nicht... Er geht jetzt nach C6 und jetzt ist Dame C4 matt. Es ist matt einfach. Dieser Läufer und die Dame, das reicht schon wieder. Die setzen hier in dieser Symmetrie matt. Also ich finde das ganz beeindruckende Mattbilder. Mit so wenig Material. Was weiß eigentlich... Hat noch. Also C4 würde auch gewinnen. Aber ja, das ist ein unmenschlicher Zug. Dame F7 ist der logischere Zug. Nimmt ihm dieses Feld, droht das matt. Und jetzt gibt es nur einen schwarzen Zug. Nämlich Läufer F6. Der muss dieses matt auf F3 decken. Das ist der einzige Schwarz. Kann sich auch kein Luftloch machen. Und auch jetzt gibt es wieder nur einen Zug, der gewinnt. Es gibt wieder nur einen. Und der ist nicht so einfach zu sehen. Versucht ihn zu finden. Versucht herauszufinden, was hier gewinnt für weiß. Und ich finde diese Partie auch deswegen beeindruckend, weil es eben ein paar stille Züge sind. Nehmen wir jetzt stille Züge. Ich verrate es euch. Wer je hat jetzt hier noch einmal das Schach gegeben. Hat er nachdem auch erkannt, dass der König jetzt hier wieder wegrennt. Hat er jetzt wieder nochmal einen Zug gewonnen. Und dann hat er auch erkannt, okay, er muss was anderes tun. Und der stille Zug ist Dame B3. Droht Dame D3 matt. Was man schwer, was Schwarzschmieders schwer verhindern kann. Das ist unglaublich. Seine ganzen Schwerfiguren, er kriegt sie einfach nicht ins Spiel. Er hat dann drei Schwerfiguren rumstehen. Und die können alle nichts machen. Die tun gar nichts für die Verteidigung. Weil weiß immer sofort am Drücke, aber immer mit stillen Zügen. Einziger Zug, um das matt zu verhindern. König raus. Jetzt gibt es hier Turm F1 Schach. König G4. Und, ja, ich habe es jetzt schon eingezeichnet, aber der nächste stille Zug. Ja, schon wieder ein Kracher. H3 zum Beispiel ist hier schlecht. Wenn man jetzt den Schach gibt, dann geht der König nach da und dann schafft er es tatsächlich gleich rauszukommen. Sagen wir, wir probieren dann Dame D3. Dann kann man zum Beispiel Läufer G5 spielen und sich so langsam probieren, seine Rücklaufroute da klar zu machen. Deswegen ist es hier wichtig, genau zu spielen. Und es kommt der, und dieser Zug hat halt eine Doppeldrohung. Er droht sowohl auf G6 das Schach, als auch hier dieses Schach. Und wir werden gleich wieder sehen, wie die Dame und dieser Läufer zusammenarbeiten. Das ist einfach wirklich geil. Wie dieser Läufer, obwohl er jetzt einmal hin und her gezogen, er hat einmal dieses Schach gegeben, aber sonst hat er nichts gemacht. Obwohl er da nur steht, ist er an allen Matt-Bildern immer beteiligt. Ja, was soll Schwarz machen? Droht, wie gesagt, hier diese Matts. Er opfert jetzt hier diesen Läufer. Spielt Dame A8 Schach. Der König geht zurück. Und die Drohungen sind halt immer noch parat. Das ist das Problem. Es kommt Läufer G5. Das ist tatsächlich noch mit der Beste, um Dame G6 Matt zu verhindern. Weil wenn man jetzt Dame G6 spielt, dann kann man darum G8 spielen und dieses Matt auf G5 verhindern. Und hier tatsächlich muss ich jetzt weiß, der Computer sagt, mit H3 kann man sich hier noch ins Remi retten. Irgendwie mit irgendwelchen, nach Dame H3, Dame F5 mit so. Und interessanterweise soll jetzt der kommen. Jetzt soll der kommen. Und dann soll hier irgendwie so und so und so. Und das soll irgendwie Remi Richtung Dauerschach werden. Das ist eine verrückte Variante. Müssen wir auch nicht so genau eintauchen. Denn das ist jetzt hier nicht der genaue. Sondern es geht weiter mit Dame E2 Schach. Und jetzt seht ihr es wieder. Diese Diagonalen, die die Dame bearbeitet. Wunderbar. Dame F3 geht nicht. Deswegen kommt der. Jetzt kommt Läufer F2 Schach. Jetzt kommt der. Und ihr seid wieder dran. Was ist der nächste Zug von Weiß? Was ist der nächste Zug? Haltet das Video an. Ich verrate es euch. Es ist wieder ein stiller Zug. Läufer E1. Warum Läufer E1? Droht Turm F3. Und tatsächlich kann Schwarz das einfach nicht mehr richtig verhindern. Schwarz hat keinen Zug, um diese Drohung zu verhindern. Schwarz hat hier aufgegeben, die Partie. Tatsächlich. Fangen wir mal an. Was ist, wenn Turm F8 kommt? Den Tauschspiel einfach raus. Und jetzt hat Schwarz nämlich ein anderes Problem. Wenn er den wieder nimmt, ist auch Dame G2. Ist auch matt. Die Dame hier auf A8 deckt das ja noch. Aber wenn sie den Turm wieder nimmt, deckt sie das nicht mehr. Was kann er noch machen? Was ist mit E4? Deckt auch F3. Aber das verstellt wieder diese Diagonale. Und dann geht wieder Dame G2 matt. Das ist hier fast studienartig auf einmal, dieses Ende. Am Ende wieder alles klappt. Schwarz hat drei Schwerfiguren. Und die können ja alle eigentlich mit irgendwie in die Verteidigung. Und auch der Läufer steht in der Nähe der Verteidigung. Mittlerweile stehen die schwarzen Figuren gar nicht mehr so schlecht. Und das reicht trotzdem nicht. Die Partie ist jetzt vorbei. Weil Turm F3 einfach mattrot. Sagen wir, Schwarz macht nichts. Dann kommt halt Turm F3 Schach. König E4. Dame G2 Schach. König A5. Turm A3 Schach. Und Turm A4 matt. Ja und nochmal zu dieser Ausgangstellung. Ich weiß nicht, wie weit wäre hier, das hier gerechnet hat. Aber Läufer E4 muss man ja mindestens noch gesehen haben. Also Turm F7, König F7, Dame F7. So, so, so. Läufer E4 nimmt. Und dann Dame F7. Soweit muss das ja mindestens. Ich denke, soweit hat das mindestens gesehen. Und hier kann man jetzt schon ahnen, dass es matt wird. Aber es ist echt schwer, das zu berechnen. Warum ist das so schwer? Warum ist diese Partie so beeindruckend? Weil es so viele stille Züge sind. Wenn ihr selbst Angriffsspieler seid und kombiniert. Ich bin das zum Beispiel. Das einfachste sind konkrete Züge. Im Sinne von Schach. Opfer, Opfer, matt, Schach. Und wenn der Gegner immer nur ein oder zwei Züge zur Auswahl. Das ist einfach zu rechnen. Ihr opfert eine Figur. Der Gegner nimmt sie an. Ich gebe einen Schach. Der Gegner hat nur ein oder zwei Möglichkeiten. Das kann man einfach berechnen. Das ist konkretes Rechnen. Aber so eine Stellung. Schwarz hat, naja, ihr könnt ja mal zählen, wie viele Züge. Aber es sind eine ganze Menge. Schwarz hat so viele Möglichkeiten. Okay, wenn man sieht, dass dieses Matt droht, dann findet man vielleicht, dass man nur den hat. Aber in der Vorausbrechnung könnte es auch sein, dass man vielleicht einen Züge übersehen hat, den er doch noch hat. Und das sind diese schwierigen, diese stillen Züge, wo der Gegner so viele Möglichkeiten hat, weil man das nicht konkret berechnen kann. Und deswegen, ich finde diese Partie so beeindruckend. Weil auch diese Mattbilder mit diesem Läufer. Ich finde, es sieht manchmal gar nicht so nach Matt aus. Ich denke, der König hat aus dem Zentrum heraus ja eigentlich eine ganze Menge Richtungen, in die er noch gehen kann. Und ein, zwei Figuren um sich herum. Und weiß eben eigentlich nur noch ein, zwei Angreifer. Aber es reicht. Also eine ganz, und ist auch korrekt, ja. Ist absolut korrekt, was er hier gemacht hat. Tom F7, der Computer, geht da voll mit ihm überein und sagt, ab da ist es die perfekte Partie. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Schreibt mal was dazu. Schreibt mal was dazu, ob ihr einen dieser Züge gefunden habt. Oder das noch weiter gesehen habt. Und ob euch diese Serie, also wenn noch weitere kommen, könnt ihr auch mal Vorschläge reinschreiben, welche Partien ihr sehen wollt. Ich habe noch eine Menge auf Lager. Und das wird sicherlich eine tolle Serie, wo ihr hoffentlich immer mitmacht und fleißig kommentiert. Macht's gut, euer Schachpander. Ciao.